Unsere Siege haben sich vervielfacht. Unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auffallen. Alle fallen durch uns und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung schrießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Raiek von Siva. Wofür wird's durchstehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Wofür wird's durchstehen.